So weiter geht's mit der Geisterbasis. Das tolle ist grad, Mr. Merv hat schon grad, äh, sagt so meine Damen und Herren, dabei hat, äh, weil noch gar nichts an. Ich übegern. Weder das Mic, weder die Kamera noch. Ja, ich übegern. Oh, ich hab jetzt, ich hab irgendwie einen Handkrampf. Irgendwie tut das das weh. Ich weiß nicht, ob ich das zocken kann. Ich versuch's einfach mal. Ich frage mich, wie sie es da durchschauen. Das kommt vom ganzen Zocken. Wir haben jetzt hier durchgezockt bis zum... geht nicht mehr. Ja? Was ist da denn, du kommst da über Unterbrechen? Ja, ich weiß nicht. Ich mag die da nicht. Klingt jetzt okay, aber, äh, Dallas, ne, das ist... Fight, da geht's. So, wir müssen hier diese Knotenpunkte einnehmen. Und ich weiß nicht, wie so, aber ich wurde grad geschossen. Peter? Ich wurde grad geschossen. Drehst du? Ach, ja, komm. Ich will hier drauf stehen, dann dreh ich halt am Rad. Äh, da komm, die, da komm, die, da. Da. Da ist ein Schiff. Das kämpft noch ein bisschen. Guck, guck. Bin hier oben. Ich will runter. Mir wird schwindelig. Ah! Kein Problem mit mir nicht. Falls ihr erst gerade eingeschaltet habt, ich unterer Bildschirm, müsste dann öfter. Ich krieg mal nicht, dass du mitten bei irgendeinem Ort einsteigen gehst. Schon, schon immer gewesen und so wird es auch immer sein. Ich bin Jack. Er ist Richard. Ja. Dann müssten wir auch mal ein Let's Play Jack and Dexter machen. Oh Gott, shit, ey. Jack and Dexter, was hab ich das noch letztes nochmal gespielt, ey. Vor zehn Jahren. Und wieder ein. Weißt du, ein Fact, der auch gerne Let's Plays machen würde? Aber ich glaub, der könnte gerne machen, weil er einfach Angst. Marvel. Ja, ja, der wollte schon immer alles machen. Der wollte synchronisieren, der wollte, der wollte alles machen. Alles wollte er schon machen, so zunächst kam der. Er wollte auch schon singen, er wollte springen, er wollte Kornos drehen. Ach, krass. Er wollte Schwule singen. Ja. Er wollte die erste Klasse besuchen. Tja, das ist daraus überhaupt nichts. Sieht man an seinem Bissensstand. Wenn alles hier ist geisterfass. Stell dir vor, er guckt und er guckt in dieses Display. Ne, ist klar, er sagt dann wahrscheinlich auch, ich spiel das Spiel, ich hole mir den PS2. Tja. Ah, hä, wir müssen aber gleich hinzuholen. Geil. Wann gehst du? Ich geh von hinten. Hä, wie komm ich runter? Hä, Hilfe. Achso, okay. Hä, oh, Mann. Äh. Exterminator, hier kommt der Exterminator, ich bin tot. Müssen wir rüber? Äh, nein, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt sind wir aber drüben jetzt. Ha, eigentlich müssen wir noch andere drüben, dann müssen wir eh wieder rüber. Dann müssen wir gegen halt gehen, dann mal rüber. Oh, hat meine Nase jubelt. Oh, eine Nase. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Wie schüttelt's. Oh, 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 oh. Oh, guck mal, kippen nicht. So, der Scheiß. Who is doing that to me? I'm just a little, little big planet. Ah, is we got a man of this thing? No, no, no. Oh, ich bezieh mich hier. Hier kommen dann nicht mehr zu viele Gegner. Ey, mach du dumm auf mich, Junge. ja häng du mal ein bisschen in der Gegend rum ne so ich hab da rein im Becker gesehen aufweiler müssen wir hinterher gar keine Blöcke machen ihr habt schon alle gemacht, ihr habt ja eine Pizza aber es gibt natürlich auch andere Pizza die lecker schmecken sogar zum Beispiel von einem Doktor ok, das haben wir jetzt gehört da gehen die kaputt da weißt du, was du so von dem machst jetzt müssen wir das mit dem Hauwaschen das ist die Geisterbasis-Rap und bitches kriegen von mir ins Lab da boi, da boi, da boi komisch, die Dinger sind nicht geisterhaft äh, geht's mal in die Richtung oder was wo müssen wir denn hin? ah ok das war alles Geister alles Geister oder was es ist schwer dich die ganze Zeit Mr. Nerf zu nehmen ich möchte die ganze Zeit irgendwas anderes sagen die Rechner aber laut Geburtsurkunde oh guck laut Geburtsurkunde du hast nur zwei Leben du hast nur zwei Leben also lass uns doch mal lieber ergeben jetzt hab ich mehr Leben ja wegen dem Teil jetzt bin ich tot wegen dem Teil weeeee warte ich bin auch noch warte tritt we were we we were we we were we were like you was wir davon wird ist unsere eigene Komposition also keine Kontentrechte konnte nicht bei... das ist ja eine Art Cover so lange wie das ist MacCover MacCover Studios eigentlich haben wir inzwischen Werbung für alles gemacht, dann ist es schon wiederum keine Serumwerbung für alles es gibt natürlich auch andere Werbungen ich muss hacken ich mag hacken, ich mag hacken, also hack ich einen riesen Plan aus ich hack alles raus Bing bang bang hack 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 ich sag bang 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 die bang weißt du von wo das ist Mr. Liff? da rein und der Kommentator komm, aber wenigstens das diese Nacht wird läggen warte es kommt gleich der ja von wo ist das? von How I Don't Met You Brother naja ey, ich lass das mal, gell? nicht dass so eine Content-Schwürdigkeit kommt ja es gibt ja auch How I Met Your Sister The Big Bang Theorie und nicht zu vergessen und nicht zu vergessen How I Met The Pussy of Your Mother und natürlich Grubbs die Experten wir kriegen immer noch so einen am Arsch wegen Werbung hier nein wir fehlen wir aber noch, ne? ich hab früher viel mehr Werbung gemacht da hab ich sogar Werbung vor dem Video hingeschnitten und nichts ist passiert ich hab dann ganzen Werbevlog von RTL rüber genommen und reingeschnitten wir machen jetzt Werbung von selbst Mega Let's Play Studios abonnieren favorisieren kommentieren oh, oh, ne das war von der Story, ne? kann man diese zerstören? drei Geschüter, ne? der sieht ja nicht ey, das war jetzt irgendwie ey gute Tür schneidetür wir müssen hoch wir müssen hoch wir müssen so hoch wir müssen hoch wir haben wir haben wir haben da du den Ton eh getroffen hast ist es auch keine Werbung doch, ne? und jetzt geht es wir müssen da mal oben gucken seht da die Pran weg aber jetzt haben wir diese Gummibelle ich habe die Gummibelle ich habe die Gummibelle ding 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 Gummibelle so, ach nö ach doch da war das Spiel muss uns immer zum Schluss zum Schluss muss immer eine kommen wir raus so ist das Leben ja 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 das müssen wir halt nur noch mit dem haverschiff das machen ja das das unmögliche wurde möglich das Daxca Team hat tatsächlich den berüchtigten Handschuhen des verdammens auf der geisterbasis überlebt ich mag Schuhe ich mag Druckzüge Ratchet wir müssen dafür sorgen dass sie diese Basis nie wieder benutzen können zerstören die äußeren Geschichtsturme die die Energiekerne der Basis schützen ja das sehen wir dann gleich bis gleich